Yo, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video und zwar seit langem mal wieder ein Video, denn heute um 0 Uhr kommen einige, einige Songs raus und wir können uns ein paar davon schon mal anhören. Dann hört ihr eine kleine Hörprobe davon und ihr wisst, wie sich die ganzen Songs anhören. Zum einen kommt Lilano Fischer raus, Kapi Samra mit Nummer 1, die haben auch ein geiles Musikvideo gedreht, muss man sagen. Ja, Datalove released seinen ersten eigenen Song, Goat heißt das Ganze und Mero released so einen Reggae-Song, ja, der so in Richtung Reggae geht, mit No Name. So würde ich sagen, fangen wir auch direkt mal an mit Datalove. Wir hören uns sein Lied an, beziehungsweise zwei Ausschnitte davon. Wir hören da auf jeden Fall ein bisschen rein und dann wisst ihr, wie sich das Ganze anhören wird und könnt das Ganze dann ab 0 Uhr überall streamen. Ja, Ufo hat das Ganze schon lange, lange angeteasert, dass es sein Album droppen wird. Er selbst natürlich auch, der hat dran gearbeitet. Und jetzt ist es soweit, seine erste Single wird erscheinen und ja, hören wir mal einfach rein. Also, wie gesagt, das war ein kleiner Ausschnitt direkt vom Anfang vom Lied. Man kann das Ganze natürlich feiern. Ich an Ufos Stelle hätte das Ganze jetzt anders promotet oder ich hätte es zumindest so gemacht, jetzt soll er seinen eigenen Song droppen und die nächsten zwei Songs werden Features mit Ufo. Dann hat er das viel, viel einfacher, da Reichweite zu gewinnen. Aber gut, das müsst ihr selber wissen. Seine Lieder kann man eigentlich feiern. Shot war auch ein geiler Song. Okay, da hat er nur die Hook gehabt mit drei, vier Wörtern. Aber ich denke, man kann das Ganze schon feiern. Da wird noch einiges auf uns zukommen. Da würde ich mal sagen, hören wir noch in den zweiten Part rein. Und dann müsst ihr euch bis 0 Uhr gedulden und könnt den Song dann streamen. Wir hören jetzt mal in die zweite Stelle rein. Und ja. Eigentlich an sich kann man sich den Song echt geben. Also für mich kommen halt echt einige gute Songs raus. Ist ein stabiler Freitag auf jeden Fall. Wie gesagt, für den Rest müsst ihr euch bis 0 Uhr gedulden. Einen ganzen Song werde ich euch nicht zeigen. Ja, Freunde. Seid gespannt.